Abwehrchef David Alaba wird Trippelsieger Bayern München zum Saisonende wohl verlassen. Im seit Monaten anhaltenden Poker um eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages sagte FCB-Präsident Herbert Heiner am Sonntagabend im Bayerischen Fernsehen, dass der Verein sein Angebot zur Verlängerung zurückgezogen habe. Ende Oktober sei ein entsprechendes Ultimatum an den österreichischen Nationalspieler und dessen Berater ausgelaufen. Hasan Salihamidzic hat nochmal aktiv bei Alabas Berater nachgehakt. Die Antwort war, dass das Angebot noch immer unbefriedigend ist und wir weiter nachdenken sollen. Daraufhin haben wir uns entschlossen, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heißt, es gibt kein Angebot mehr, sagte Heiner in der Sendung Blickpunkt Sport. Alaba spielt bereits seit 2009 und nur unterbrochen von einer kurzen Ausleihe zur TSG Hoffenheim für die Münchner. Im kommenden Sommer könnte er die Bayern ablösefrei verlassen. Ein Szenario, das der Rekordmeister eigentlich vermeiden will.